Kanal. Heftige Szenen heute beim Training beim 1. FC Köln, wie ihr hier seht. Der Torwart Panke wurde am Knie schwer verletzt. Es soll sich um eine offene Wunde gehalten haben. Der Notarzt und Krankenwagen waren natürlich auch da, um ihn dann halt ins Krankenhaus zu bringen. Aber das ist schon echt krasse Sachen, muss man dazu sagen. Also Hammer. Wir können natürlich nur an dieser Stelle nochmal sagen, gute Besserung ins Krankenhaus, dass er natürlich schnell wieder gesund wird und natürlich wieder ins Tor kann. Diesen kann er nicht abonnieren und die Glocke betätigen, dass ihr alle Infos gleich habt.